Also ich hatte so einen Adrenalinstoß da in dem Moment, dass ich das Ding da einfach mir auf die Schulter gewuppt habe und dann losgerannt bin. Wie kann man so einen Stein an Land bringen? Obelix hat den Zaubertrank getrunken und jetzt ist es vorbei. Geil! Oh mein Gott! Wahnsinn! Ich habe gedacht, da kommt Aquaman aus dem Wasser. Quatsch! Flasch! Und so ein Brocken! Was ist denn jetzt los? Ja, ich weiß nicht, ob der Dachdecker war vom Beruf. Der hat ja eine Kraft. Also unglaublich. Langsam. Langsam. Ich habe jetzt gar nicht so diesen Unterschied vom Gewicht von Wasser zu Land gemerkt, aber im Nachhinein dachte ich auch, ey, was hast du da gemacht, ey? Leon ist ein Tier!